Benle Rocky Massiano Dieses Springseil ist ein ummanteltes Stahlspringseil aus Metallfasern und Plastik mit einer Maximallänge von 280 cm. Die Länge des Springseils ist dank der patentierten Seilaufnahme stufenlos verstellbar. Es ist mit Kunststoffgriffen ausgestattet und wurde in Deutschland entwickelt und hergestellt. Das Seil hat kugelgelagerte Handläufe und wirkt ca. 200 g. Es ist in einem schwarz-gelben Farbdesign der Griffe und einem silbernen Seil erhältlich. Auch diese Griffe sind ergonomisch geformt und bieten den idealen Halt. Das Seil erlaubt hohe Drehfrequenzen und sollte zur Standardausrüstung jedes Sportlers gehören. Das Springseil ist unisex, also für beide Geschlechter geeignet. Das Seil hat eine Dicke von ca. 4-5 mm. Meiner Meinung nach der Testsieger. Die Drehven der Testsieger. Und das Seil hat eine Drehrehrehrehrehrehrehreh kommende. Bis zum nächsten Mal.